Nach der Entdeckung hunderter Gräber in zurückeroberten Gebieten der Ukraine hat die tschechische EU-Ratspräsidentschaft die Einsetzung eines internationalen Kriegsverbrechertribunals gefordert. Der tschechische Außenminister nannte die Gräueltaten der russischen Besatzer so wörtlich undenkbar und abscheulich. Nach Angaben von Ermittlern hatten einige der in den rund 450 Gräbern bei der Stadt Isium in der ostukrainischen Region Charkiv gefundenen Leichen die Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Viele der Toten sollen auch gefoltert worden sein. Nach den Geländegewinnen der ukrainischen Armee in der Region Charkiv waren die russischen Truppen überstürzt, aus den Gebieten von Isium und Balaklia abgezogen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, in seiner täglichen Videoansprache in der Region Charkiv seien nach dem Abzug der russischen Truppen mehr als zehn Folterkammern entdeckt worden. Auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht fordert eine internationale juristische Aufarbeitung. In den vergangenen Wochen hatte die ukrainische Armee im Nordosten des Landes tausende Quadratkilometer zurückerobert. Die russische Armee verstärkte dort aber zuletzt ihre Luftangriffe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017